Happy Birthday, Reichish Wiki. Happy Birthday, Mohanev. Happy Birthday, MD Tarek. Happy Birthday, Shohell Rana Shoel. Happy Birthday, Shutu Yadar Ji. Happy Birthday, MD Tjubayar Ahmed Rummen. Happy Birthday, Mitheleshk Kurma Mahhandi. Happy Birthday, Badra Suleiman. Happy Birthday, Tzabeh Ula. Happy Birthday, Fai Tzula Mohamedi. Happy Birthday, MD Raya Hassan. Und ich spiele mal wieder Free Fire BR Ranking, solange ich das noch spielen kann. Also dann, viel Spaß. Okay, ich denke, es sind ein paar Spieler mit dabei. Also nicht nur KI's. Also es wird spannend. Battle Royale. Battle in Style. Jetzt springen wir sofort ab. Suche Geld. This is almost as exhilarating as linking with the internet. Almost. Suche Geld und kaufe mir dann in so ein Arsenal. Plum, plum, plum. Die besseren Sachen. Also wie gesagt, ich vermute hier sind Spieler dabei. Nicht nur KI's. Es wird ein bisschen spannender. Ich habe zwei Questen mit dieser Frau. Einmal tötet zwei Leute und einmal tötet zwei Leute mit einer MP5. Also ich suche mir eine MP5. Ich würde sagen, es ist keine dabei. M60. Da ist ja dahinten noch was. Okay. Gut. Eine MP5. Auf der Suche nach einer MP5. MP5, MP5. Nicht vergessen. Jetzt lagere ich eine Bisom und eine, was ist das? SVD? Ah, VSS. Und ich brauche einen Rucksack. Und natürlich Gold. 100 habe ich schon. Eine Skal liegt hier. Oh, ein Rucksack. Also. Schon mal ein bisschen mehr einsam in hier. Wenn ich die MP5 habe, welche wechsle ich denn? Die Bison oder lieber die Scharfschützen? Ich glaube, ich wechsle lieber die Bison. War das eine? Eine M4. Was ist da? Was ist da hinten noch? Scharfschützengewehr. Auch ein gutes Scharfschützengewehr. Och, da ist ein Key. Dann brauche ich mir auf jeden Fall das eine nicht mehr zu kaufen. 200 Meter entfernt ist so ein Ding. Dann müssen wir nur noch da heiler hinkommen. ... ... ... Einer hier. Ansonsten müsste ich surfen, wenn eine da wäre. Das war ein Spieler. Das war ein Spieler. Ausgenockt. Leider nicht mit einer MP5. Oh, da ist ein MP5. Und jetzt noch ein besseres Scharfschützengewehr. Besser? Ist das besser? Ich habe Vs. Ach, sicher ist das besser. Zack. Ich habe vorher nur ein VSS gehabt. Jetzt habe ich ein VSS2. SS2. Oh, wechseln. André Visier ist besser. Oh, das ist besser. Oh, das ist besser. Wir warten noch ein bisschen hier. Mit der MP5. Mal schauen. MP5. 3. 1. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. Hmm. wenn wir da hinten hin oh ok ok okay spike it mit dem piffen quadra kill quadra kill k 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 Also die VSS ist für mich nicht so gut. Ein bisschen nach rechts rüber. Da ist ein Spieler. Sobald der Bewegung. Okay. Sein Tim ist auch ein spieler Oh, da hat zwei Leute da Ich und ein anderer Oh, die ist gut Weg sind wir Oh, die ist gut Oh, die ist gut Oh, die ist gut Herz am Rasen Das war spannend Ich hoffe, die nächste Runde wird auch so spannend Schauen wir mal, was wir alles da Gold haben F1 Sechs Kills Okay, dann bis gleich Okay Ich denke, es sind Wiederspieler, mindestens sechs Spieler hier drin in der Runde Also, machen wir wieder früh abspringen, Sachen sammeln und zum Ding ins gehen Kommt nicht dahinter, ich probiere jetzt Oh, da sind zwei andere auch Ich glaube, ich gehe doch lieber dahin zu gehen Ah, okay Glaub ich doch Ich denke mal, die Runde wird nicht so lange dauern Ich habe die Vermutung, dass ich hier sehr schnell sterbe Ich habe die Vermutung, dass ich hier sehr schnell sterben kann Schon mal Gold, das ist gut Scharfschützengewehr auch schon mal Komm, wackelt die Maus so Geht doch Die Sonne habe ich eingesammelt Ja, also meine beiden Quests habe ich schon fertig Zwei Kills mit MP5 Oh, was war das jetzt da Bisschen lecky hier gerade Ach, ne, Internet weg Nein Internet weg Oh, großes Goldpaket Oh, nein Oh 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 schon wieder internet das gibt es doch nicht das gibt es doch nicht meine frau macht live streaming so nimm mal erstmal einen großen rucksack das ist ein gold haufen zeichnet zwar dann bräuchte ich noch einen shop der ist auch gleich da das ist gut es ist ein shop auf die Income Double kill Das war's für heute. Achtung! Haltung! Was machen? Und... Ah, schon wieder laggy. Ah, Internet wieder weg. Schauen wir mal. Da ist noch einer. Oder... Ja, der ist näher dran. Nach da hinten. Das schaffen wir noch. Außer wenn Internet wieder weg ist. Mit der Keule lässt es sich schneller laufen. Hallo? Ich hab da aufgemacht. Auf. Etwas gibt's doch nicht. Nein! Nein! Ja. Internet weg. Also werde ich mal sagen. Das war's denn für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da... Warum nicht so wieder dabei seid? Bis dahin habe ich euch. Viel Spaß und noch viel Erfolg. Tschüss! Ich sehe mich. Tschüss! Das war's denn. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss! Tschüss!